Von Daniel Eckert, Holger Zepitz Ökonomens sind auf der Spure eines neuen Gesetzes, je höher der Preis für ein Wehr, desto niedriger die Nachfrage, die alte ökonomische Leer war der Zeit gründlich auf den Kopf gestellt, bei Bitcoin und an deren Kryptowährung scheint es genau anders herum zu sein, seit Jahresanfang hat sich der Bitcoin um den Faktor 10 verteuert, jetzt durchbrach er gar die Grenze von 10.000 Dollar, doch da Ruhung auf die immateriellen Thaler aus dem Internethistunge bremst, jährer reicht immer neue Höhen, sonst gibt's so etwas in der Wirkung. Wirtschaften oder bei Luxusgütern, sie werden umso begehrter, jährer sie sind, Urheberrecht wählten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten, Gold als Geldanlage ist vor allem für Sperer und Schenkende Interessant, die an langen Zeiträumen denken, in der Gegenwart sollten sie aber wachsam sein und nicht auf Falleangebote hereinfallen, Bitcoin ist am Finanzmarkt mit Sicherheit, die Story des Jahres 2017 im September, nun schreibt die Kryptowährung das nächste Kapitulierer, noch jungen Geschichte erneut, Weiterhöhenflug oder krachende Sende, zum Beginn des Jahres waren Kurse von 1.000 Dollar bei der alternativen Währung Grund genug für heiße Diskussionen, mittlerweile durchschneidet Bitcoin tausender Marken im Wochentag, wie geht es weiter, die E-Gerüchte aus dem Silicon Valley verdichten sich Amazon möchte Bitcoin als Zahlungsmittel zulassen, heißt es dort, das wäre ein Meilenstein für das Digital-E-Geld, ein Termin ist auch schon im Gespräch. Bislang könnten im Netz nur Reinformationen übertragen werden, Blockchain ermöglicht auch sicheres Übertragen von Geld, das Verwalten von Katastardaten und transparentes wissenschaftliches Publizieren.